Herzlich Willkommen bei Mika Caravan in Dingesbühl. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute ein kleines Technikvideo für euch. Ihr habt es am Titel schon gesehen, wie man es nicht machen soll oder nicht machen darf. Wie wir es nennen wollen, es geht um ein Tournee und es ist schon echt wieder mal kriminell, was da verbaut worden ist. Kriminell nenne ich halt einfach immer Verbauungsarten, wo die Kabelquerschnitte nicht wirklich passen, wo leihenhafte Kabel schuf verwendet werden. Und dann natürlich in einem Segment, wo es halt wirklich wichtig ist beim Wechselrichter. Weil wenn ich einen Wechselrichter, einen Dreitausender Wechselrichter einbaue und jag da mal mit 250, 280 Ampere drüber und da passen einfach die Kabelquerschnitte nicht richtig, dann passiert eins. Entweder wenn die Kabel fürchterlich warm oder der Wechselrichter schaltet einfach ab, weil er nicht genug Energie kriegt, weil er es nicht schafft, den Strom aus den Akkus rauszuziehen, den er jetzt benötigt. Und es entstehen unendlich viele Übergangswiderstände, Reibungswiderstände, totaler Quatsch und dann funktioniert halt nichts. Der Kunde zahlt einen Haufen Geld dafür, was immer traurig ist und dann letztlich doch nichts richtig funktioniert. Finde ich wirklich immer schade. Habe auch jetzt jüngst beobachtet, dass es ganz wilde Einbauten beim Crafter gibt, VW Crafter. Ich habe da einige Kunden, die da auch mit ganz speziellen Dingen kommen, wo ich aussagen muss, dass das nicht funktioniert, ist eigentlich so logisch wie nur irgendwas. Aber müssen die Händler selber wissen, was sie da tun. Und ich möchte mit dem Video euch einfach nur wieder ein bisschen sensibilisieren, auf was ihr vielleicht ein bisschen gucken könnt, damit euch sowas nicht passiert. Wie ihr sowas vielleicht auch mal prüfen könnt, damit er euch selber da ein bisschen schützt. Weiß ich nicht, ob das immer geht. Als Laie ist man natürlich unbedarft, ist schwierig. Aber sich zumindest mal zeigen lässt, was steht in der Anleitung, was ist verbaut worden, passt das alles? Wir gehen jetzt mal in die Werkstatt zusammen und schauen uns das Ganze mal an und dann bildet eure eigene Meinung darüber. Also, auf geht's! So, hier haben wir einen wunderschönen Tournee. Das ist der ominöse Tournee, um den es heute bei uns gehen soll. Ihr seht schon, wir haben da drin gerade eine größere Baustelle im Elektro-Bereich. Und der Titel des Videos sagt ja schon, so kann man es nicht machen oder darf man es nicht machen, auf gar keinen Fall. Ich möchte euch jetzt erklären, warum. Ich möchte euch mitnehmen, worauf auch ihr bei Elektroinstallationen bei eurem Händler halt wirklich ein bisschen ein Auge drauf haben solltet. Oder mal gucken solltet, ob das dann entsprechend so umgesetzt ist, beziehungsweise ob das denn auch der Logik so entspricht. In dem ganzen Elektro-Kasten waren diese zwei Batterien verbaut. Dagegen gibt es mal überhaupt nichts einzuwenden. Alles gut. Und auch richtigerweise mit zwei Brücken entsprechend verbunden, parallel zueinander. Dann mit diesen Kabeln hier diagonal, soweit alles richtig, an einen Verteiler. Dazu gehen wir gerade innen rein dann. Und an dem Verteiler war dann angeschlossen, ich blende jetzt mal hier rüber, dieser Wechselrichter. Ein Active. Das Schlimme ist 3000 Watt. Leistung kann dieser Wechselrichter. Ich blende euch jetzt mal den Kabelquerschnitt ein, wo wir für diesen Wechselrichter benötigen würden. Verlegt war, der Wechselrichter war im Fahrzeug verbaut. Also das heißt, hier hinten in dem Fach. Wir haben jetzt da hinten zwei Verteiler reingemacht, weil der Wechselrichter, der haben wir jetzt hier rausgenommen. Wir haben die Kabel nachgemessen. Das sind circa zweieinhalb, drei Meter Kabellänge bei 3000 Watt. Ich blende euch die Tabelle ein. Kann jeder selber rauslesen, was für ein Querschnitt man da mindestens verwenden sollte. Verbaut war ein Querschnitt von zweimal 35 Quadrat. Macht 70 Quadrat auf drei Meter viel, viel zu wenig. Das ist der erste Punkt. Aber, das ist jetzt nicht einmal nur das Schlimme. Mit diesen zweimal 35 ist man auf den Verteiler gegangen, was soweit vollkommen okay war. Bis auf der Querschnitt, der zu niedrig war. Und vom Verteiler auf die Batterie gehen wir mit diese Kabel hier. Und die Kabel, ja, die zwei Kabel sind 25 Quadrat. Und auch mit 25 Quadrat sind die ganzen verbunden, die Parallelkabel. Also wir werden von 3000 Watt vom Querschnitt, der eh schon zu klein ist, über den Verteiler dann noch wesentlich kleiner in diesem Querschnitt. Und dann natürlich auch in der Verbindung von der Batterie ein viel zu kleiner Querschnitt. Ja, ich weiß, bei zwei Batterien halbieren sich die natürlich. Also das heißt, ich bräuchte hier nur noch den halben Querschnitt. Aber wenn wir vom größten Querschnitt ausgehen, also das waren 95 Quadrat, was die Tabelle sagt. Ich dentiere eher zu 120 Quadrat bei 3000 Watt. Aber das ist immer Geschmackssache. Aber 95 Quadrat gibt sogar der Hersteller an. Das würde bedeuten, es wären mindestens zweimal 50 Quadrat gewesen, wo da verlegt werden hätten müssen. Und dann hätte hier die Brücke auch mindestens einmal 50 Quadrat sein müssen. Und nicht 25 Quadrat, weil das dann die Hälfte zu klein ist. Und dann funktioniert dieses Zwischenspiel schon wieder gar nicht richtig. Und ich baue mir eine wunderbare Heizung an. Und ich brauche mich dann auch nicht wundern, wenn natürlich so ein Wechselrichter auch mal abschaltet. Weil er einfach nicht genug Saft kriegt. Weil das Ganze kann so nicht funktionieren. Also das ist ein Unding. Und ich weiß ja gar nicht, wie man auf die Idee kommt, mit den Kabeln vom Wechselrichter aus immer kleiner, immer kleiner zu werden. Von zweimal 35 auf dann letztlich einmal 25. Also ich weiß nicht, schuldigt bitte den Ausdruck, dafür nehmen verschiedene Händler auch noch Geld. Das ist dann schon krass. Und dann wird sich natürlich beschwert, wenn definitiv gar nichts funktioniert, wie jetzt hier in diesem Fall. Darum steht das Fahrzeug da. Darum haben wir den ganzen Scheiß hier rausgeschnitten. Und machen natürlich jetzt alles neu. Er kriegt jetzt einen vernünftigen Wechselrichter, eine vernünftige Kombi von WCS. Er bekommt einen vernünftigen Ladebooster von WCS. Er bekommt vernünftige Solarregler von WCS. Weil mit dem Booster hier wird man nicht wirklich glücklich bei 25 Ampere Boosterleistung. Mit den Akkus hier, jetzt muss ich gerade mal gucken. Das sind glaube ich 150er. Haben wir 300 Amperestunden Akku. Kann man ja rechnen. Also das haut nicht hin. Dann haben wir natürlich hier noch das alte Ladegerät drin gehabt. Auch das schmeißen wir raus, weil wir jetzt natürlich ein Kombi drin haben. Somit brauchen wir das auch gar nicht mehr. Technisch zwar machbar, aber halt absolut nicht empfehlenswert. Also es ist schon, auch dieser Umbau hat ja Geld gekostet. Und es ist schon, ich weiß nicht. Also mir ist es definitiv, ja, zu sehr gepfuscht. Dann kommt der nächste Punkt. Hier haben wir einen Fi B13. Also auf 230 Volt, ja, B13, sprich 13 Ampere. Der Fi ist für die Ausstattung hier viel zu schwach. Wir haben es hier mal ausgerechnet. 3000 Watt Wechselrichter plus 250, also plus Ladegerät 200 Watt. Das würde entsprechen, also einer Minimumausrüstung von 14 Ampere. Und ich verstehe ja gar nicht, warum man hier so einen kleinen Fi reinmacht, der eigentlich viel zu klein ist. Und kein 16 Ampere. Mir schleierhaft. Also ich weiß nicht, warum man das Ding hier einbaut. Zum Nächsten, wenn wir im 230 Volt Bereich sind, muss ich auch sagen, Und da verweise ich jetzt einmal wieder darauf, dass vielleicht das daran liegt, dass viele meiner lieben Kollegen vielleicht auch gar nicht die Ausbildung dafür haben, so etwas machen zu dürfen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob Sie es wissen, dass man da eigentlich einen Elektroschein dafür braucht, um im 230 Volt Bereich arbeiten zu dürfen. Ganz kurios, bei einem 3000 Watt Wechselrichter, bei AC Output. Bei Input wird noch einigermaßen gut gearbeitet. Da wird ein 1,5 Quadrat Kabel verwendet. Sieht man hier, das ist 1,5 Quadrat. Das passt. Bei AC Output, wo wir 3000 Watt rausholen, wird jetzt auf einmal nur noch ein 0,75 verwendet. Also, laut der neuen VDE-Vorschrift ist ein 0,75 im Wohnmobil überhaupt gar nicht mehr zulässig, weil ich muss mindestens mit dem Quadrat weiterfahren, wenn ich weiter verlege, wo schon verbaut ist. Also ich darf meinen Querschnitt auf keinen Fall verringern. Das ist schon mal gesetzlich total verboten, also VDE-technisch. Ja, VDE ist ein Club, ist eine Empfehlung, das weiß ich. Aber, ich sage es immer wieder, der Gesetzgeber richtet sich nun mal dran. Wenn ein Gutachter kommt und würde das hier begutachten, der würde sagen, also sorry Leute, das hier ist fachlich total falsch, weil ihr könnt nicht von 1,5 Quadrat auf 0,75 gehen, bei einer Leistung von 3000 Watt. Rechnerisch wird es gerade so funktionieren, aber es wird definitiv in keinem Haus, in keiner Einrichtung verlegt mit 0,75. Also das geht überhaupt gar nicht, vor allen Dingen nicht in so einem Tournee, wo wir mit 2,5 in der Einspeisung sind, mit 1,5 in der Verteilung und dann gehen wir aus dem Wechselrichter mit 0,75 raus. Also auch das total falsch. Dann kommt der nächste Knaller. Also habe ich so noch gar nicht gesehen. Man hat ein 230 Volt Kabel mit hier diesen, wie sagt man da, das sind so Lötverbinder, wo man im 12 Volt Bereich nimmt, Lötverbinder, hat man hier im 230 Volt Bereich eingesetzt. Also erstens weiß ich schon wieder gar nicht, ob das überhaupt zulässig ist, Punkt 1. Punkt 2, also was ich hier überhaupt nicht verstehe, im 230 Volt Bereich gibt es nur eine einzige Verbindungsmethode, die ich kenne, die zulässig ist. Das ist eine Verteilerdose, eine Vakuklemme und dann anständig in der Verteilerdose verklemmt. Das ist die einzige effektive, richtige Art, wie ich 230 Volt sauber und ordentlich verlängere und verbinde. Also hier mit so Lötverbinder zu arbeiten, also Leute, habe ich wirklich in meinem Leben noch nie gesehen. Im 230 Volt Bereich echt eine scharfe Nummer. Ja, muss jeder für sich selber wissen, was er tut. Ich kann nur sagen, dem Händler nahelegen, macht sowas nie mehr. Weil wenn der Schuss mal nach hinten losgeht und hier mal irgendwas passiert, na dann viel Spaß. Da habt ihr ziemlich viel Ärger an der Backe und ich glaube nicht, dass ihr da nochmal glücklich werdet. Das ändern wir jetzt alles ab. Was wir auch abändern, ist natürlich hier diese Kabelbrücken. Also so schauen jetzt unsere Kabelbrücken aus. Da können wir dann gleich weitermachen. Ich weiß, dass es als Firma natürlich besser ist. Ich kann mit solchen tollen Kabelschuhen hier arbeiten, weil das natürlich wesentlich billiger ist. Aber effektiv arbeiten wir hier mit solchen Kabelschuhen. Ihr seht den kleinen Unterschied. Hier laufen wirklich bis zu bei 3000 Watt 280 Ampere drüber. Also Leute, ich weiß nicht, wie man hier mit so einem Kabelschuh arbeiten kann. Das ist mir schleierhaft. Also da haut es für mich schon wieder den Boden aus. Mir fällen da manchmal die Worte. Natürlich kann ich, wenn ich den Kabelschuh hier nehme und das Geld verlange, mehr Geld verdienen. Aber es ist halt fachlich letztlich komplett falsch und überhaupt nicht richtig in der Ausführung. Auch hier, wenn das ein Gutachter sieht, der wird natürlich wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und dann geht es natürlich auch noch weiter. Letztlich muss man gucken, dass hier auch immer die richtigen Querschnitte verbaut sind. In dem Fall, das passt. Aber ich habe halt hier durch die Stärke echt relativ wenig. Das ist auch so ein Punkt, da muss man immer darauf achten. Es gibt bestimmte Durchmesser hier. Die werden auch benannt. M5, M6, M8 und so weiter. Das ist auch für die jeweiligen Löcher. Damit die halt auch passen. Weil wenn die nämlich einen halben Meter zu groß sind, dann habe ich ja weniger Auflage. Sprich, die Übertragung passt ja nicht. Also muss auch hier dementsprechend, ihr seht es hier, wie so ein Kabelschub benannt ist. Also das ist jetzt ein 70 Quadrat und dann Schrägstrich 8 für M8. Damit es hier sauber, ordentlich passt. Und dann habe ich hier eine sauber, ordentliche Auflage. Und dann kann ich gewährleisten, dass hier sauber, ordentlich richtig hohe Ströme laufen können, ohne dass mir irgendwas passiert. Ohne dass der Kunde einen Gefahrenpunkt eingeht. Und ohne dass ich mir Übergangswiderstände einbaue, irgendwas wegschmilzt oder Sonstiges. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, so schaut jetzt das Ganze innen drin aus. Ist ein bisschen schlecht zu filmen. Man hätte nämlich auch alles hier reinbauen können. Ist natürlich wesentlich mehr Aufwand. Ja, aber dann ist sauber, ordentlich alles versteckt. Und nicht da hinten drin. Man sorgt für Zuluft, für Abluft. Wir haben unsere Kombi jetzt hier reingesetzt. Hier sehen wir es, die 3000er Kombi. Da hängt sie. Und hier kommt unser Ladebooster rein. Denn schaut, haben wir rausgekaut. Hier haben wir die Verteiler. Ihr seht schon, was da alles zusammenkommt. Muss sauber, ordentlich aufgelegt werden. Das ist natürlich alles noch locker. Ja, weil wir sind hier nur mitten am Bauen. Das ist alles nur provisorisch. Dann auf der Seite auch die Sicherungen. Und, und, und. Damit das alles sauber verlegt wird und sauber Hand und Fuß hat. Dann wird alles Display geändert. Dass das ordentlich reinkommt. Weil das Display war hier verbaut. Natürlich nicht schön. Weil, erstens, guckt man mal. Wir mussten hier die Seite, weil das Display zu groß war. Hat man hier noch mit viel Kraft alles mögliche rausgestemmt. Wir machen jetzt hier neue Blende rein. Weil das ist auch nicht wirklich toll. Und machen das alles neu. Und werden dann das Display von der Kombi sauber ordentlich hierher bauen. Und wo es auch hinkommt. Also, das sind alle so Kleinigkeiten, wo ich halt immer wieder sage. Mann, Mann, Mann. Es kostet doch alles einen Haufen Geld. Und es muss aber doch funktionell sein. Es muss passen. Es muss alles richtig sein. Damit der Kunde Spaß und Freude daran hat. Und kein Ärger. Drum, Augen auf. Und wirklich prüfen. Ich weiß, es ist manchmal nicht leicht. Bloß, man kann ja auch mal nachfragen. Selber in einer Anleitung mal sich belesen. Wie viel Querschnitt muss denn da rein? Dreitausender Wechselrichter muss halt mal mindestens bei bewissen Kabellängen ein gewisser Querschnitt verbaut werden. Und wenn man das dann sich beherzigt und dann auch mal nachfragt, was denn da wirklich verbaut ist und lässt sich das zeigen, kann man schon mal was prüfen. Also, hier sehen wir die 2x35. Die liegen hier unten noch drin. Wir haben sie ja jetzt genutzt. Wir haben die drin gelassen, weil wir einen Verteiler hinten hingesetzt haben. So kann sich der Kunde dann später mal da hinten irgendwas noch anklemmen, wenn er möchte. Und kann dann noch ein bisschen was anschließen. Ja, Leute. Das war so viel als Zwischenstand von dem Tournee. Den bauen wir jetzt mal in aller Ruhe fertig. Und wir zeigen euch dann natürlich auch das Endergebnis, wie es dann funktionell ausschaut. Wie das Auto dann fertig ausschaut. Und dann auch wirklich fachgerecht und alles funktioniert. Und den Krempel hier, das kriegt der Kunde natürlich mit. Muss man mal gucken, dass er das dann veräußern kann. Jedenfalls, so kann man das nicht lassen, wie das eingebaut war. Weil das ist echt schon kriminell. Ja, jetzt haben wir es wieder geschafft. Das Video ist am Ende. Ihr könnt euch jetzt eure eigene Meinung machen über den Einbau. Über das, was ich so erzählt habe. Ich finde, ich wollte euch halt einfach nur mitnehmen. Euch sensibilisieren dafür, was eigentlich so nicht sein sollte. Aber in dem Fall halt leider Gottes so passiert ist. Wir werden jetzt das Auto richtig schick machen und dann werde ich euch darüber auch nochmal ein kleines Video mitgeben, damit ihr seht, wie wir es dann gemacht haben und wie das dann ganz funktionell ist. Und wie es dann letztlich funktioniert. Ich finde es halt immer wieder nur traurig, dass in dem Fall auch der Kunde natürlich zweimal zahlen muss und sich dann der Händler herausredet, klar kann man machen, weil im 12 Volt Bereich gibt es keinerlei Vorschrift. Groß kann man eigentlich letztlich alles machen, was richtig oder falsch ist, lassen wir mal dahin gestellt. Aber im 230 Volt Bereich, was da passiert ist, das darf definitiv nicht sein. Und da müssen wir mal gucken, ob das auch wirklich ein Elektriker war. Ich weiß nicht. Halte ich mal für ein Gerücht. Gut ist. Jedenfalls an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei euch bedanken, für all diejenigen, die bei unserem Campertreffen da waren. Am ersten Advent war ein wunderschönes Wochenende, hat wieder mal unheimlich viel Spaß gemacht, war wunderbar. Natürlich sehr kurz. Wir waren am Weihnachtsmarkt, wir waren hier, hatten tolle Gespräche. Ihr verzeiht, ich schaffe es immer nicht wirklich, mit jedem Einzelnen zu reden. Und das ist immer wenig schwierig, wenn da 100 Menschen da sind. Ich glaube, 63 Autos waren es, knapp 90 Leute. Da wird das schon immer ein wenig kompliziert, wenn man auch zeitlich immer ein wenig begrenzt ist. Also ihr seht es mir nach, wenn ich nicht für jeden Einzelnen immer dann so die Zeit habe, wenn das Loch erwischt wird, einfach auf mich zukommen. Aber jedenfalls war es ein ganz, ganz tolles Wochenende, hat riesen Spaß gemacht. Und dafür schon mal ganz, ganz lieben Dank, dass ihr da alle oder diejenigen, die dabei waren, auch wirklich so viel gute Laune mitgebracht habt und eure Autos so toll geschmückt habt. Das war auch richtig toll. Auch wünsche ich euch eine wunderschöne Vorjahreszeit, Weihnachtszeit. Auch das ist schon überfällig, weil die hat ja schon begonnen. Genießt ein bisschen die Weihnachtsmärkte, die Stimmung und vielleicht schafft das schon ein bisschen ausklingen zu lassen. Das Jahr, ja, Weihnachten ist ja immer so ein bisschen die Zeit der Ruhe, der Besinnlichkeit, wo man so ein bisschen das Jahr passieren lässt und sich einfach dann auf Familie und all diejenigen Dinge konzentriert, wo jetzt einfach Spaß machen, wo Vorrang haben mit euren Liebsten, tolles Essen genießen, tolle Ausflüge machen, was auch immer. Ja, jedenfalls wünsche ich euch dabei ganz, ganz viel Spaß und ich denke, der Tournee wird nächste Woche groß fertig werden und da sehen wir uns dann auf alle Fälle wieder mit einem nächsten Video, wie das dann alles worden ist und dann schauen wir mal, was wir für Themen noch aufgreifen. Und danke der Nachfrage. Ja, ich weiß, der Solartest ist noch am Laufen. Ich muss den jetzt aktuell nochmal auswerten neu, bin auch schon drüber. Das Problem ist nur, wir haben wirklich momentan zum Jahresende so viel zu tun, dass mir da manchmal die Zeit ausgeht. Aber ich verspreche euch, ich gebe mir Mühe, wir kriegen das hin und ich lasse euch dann dementsprechend natürlich das Ergebnis wissen, weil jetzt ist das Jahr ja schon fast rum und dann machen wir da auch natürlich noch ein, zwei tolle Videos drüber. Also, in diesem Sinn, euch alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank, wenn ihr ein Like da lasst, würde mich natürlich unheimlich freuen, genauso wie über ein Abo, darüber freue ich mich auch immer, weil das ist so ein bisschen die Motivation, für was man das macht. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann kurz die Glocke gedrückt, dann werdet ihr auch immer informiert, wenn ich mal wieder ein Video hochlade. Also, alles Gute, bleibt mir gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.